Ich verstehe das nicht! Hier hat das bestimmt schon längst verstanden und schreit die ganze Zeit so Ey, das geht so und so! Musst du auch mal machen! So und so, macht voll viel Spaß und so, ne? Hm. Fuyu-Map, Fuyu. Ich, ja, das Schwein mit den roten Augen, das hilft mir auch nicht unbedingt. Geh mal ins Loch! Ey, Schweini! Komm, gehst du jetzt mal ins Loch! Hab ich die Hebe, halt ein Loch! Nein, nicht weggehen! Du gehst jetzt ins Loch! Du gehst jetzt in die Wuthöhle! Verdammt! Jetzt hab ich nicht mehr meine Schaufel! Verdammt, Bitch! Hm. Ich kann ja jetzt nicht die ganze Indie umgraben. Das wäre ja auch nicht allzu praktisch. Hm. Was ist da denn? Ach, denn jetzt ist das nur der Weg. Ne, da geht's auch nicht mehr. Kann ich nicht einfach mal probeweise weiter? Hm. Hm. Und ich hab nicht mal mehr Toominy-Eyes, muss ich mal irgendwas schieben. Also, ein D-Mann-Schaufel oder so. Ich wollte schon erst Spitzhackel sagen. Ne. Uh, Dancing-Schwein! Uh, uh, uh. Dass du nicht schwindelig wirst. Aber... Hä, wieso mit den Jähnen? Ich verstehe das alles hier. Hm. Ich verstehe das nicht. Und weil ich es nicht verstehe. Kapiere ich es auch nicht. Mysteriös. Okay, hier ein bisschen Tarkan zu spielen, das hilft uns jetzt auch nicht weiter. Ey, verdammt. Oh. Ich muss dich hier einfach wild umhergraben. Das will ich doch gar nicht. Hm. Darf ich mir hier noch so ein bisschen rein... Aber nee, ich find das einfach nicht. Was soll denn das hier? Ich verstehe die Map nicht. Also, die Map schon, aber... Diese Quest oder wie auch immer man das in den Willen nicht. Ich soll zwischen den Birkenbäumen graben. Zwischen welchen Birkenbäumen? Hier gibt's vier verkackte Birkenbäume auf dieser Insel. Soll ich jetzt Mitte aus allen vier finden oder zwischen zwei bestimmten? Ach, so scheiße hier. Scheiße Map. Dann würde ich die Map ganz cool am Anfang zu machen. Jetzt wird's mit so einem Scheiß-Böken-Rätsel. Nicht mehr. Ich... Hm. Ich... Hm. Ist auch eine gute Ausdrucksweise. Gleich mich einfach mal hier nach unten. Ja, ist auch nichts. Super, jetzt hier daraus. Geben wir mal hier drüben. Runter. Auch nix. Lotti Garotti, ist das geil hier. Jetzt kann ich die ganze Insel umgraben. Supi. Hm. Und ich kann mir nicht mal Sachen cheaten. Also, Diamantschaufel oder so. Aber hab ich auch schon gesagt. Aber ich find's immer doof und deswegen wiederhole ich mich. Wie gesagt, ich bin noch ein bisschen erkältet. Hm. Aber jetzt ohne mal hier schlechte Witze zu bringen. Wir sollen doch gehen. Logisch unmöglich. Wisst ihr was? Ich bin gleich nochmal da und dann sehen wir uns. Ne? Bis gleich. So, jetzt geht's auch weiter und ich weiß jetzt, wo wir genau buddeln müssen. Aber erst schlafen wir noch eine Runde. Und ich habe, wie gesagt, ich hab die Stelle schon gegraben, aber nicht tief genug gegraben. Und zwar hier am Grab. Ich hab mir eigentlich auch gedacht, dass man hier graben kann. Aber wie tief man hier graben kann? So tief und tiefer und tiefer und tiefer und tiefer und tiefer und tiefer lockert. Äh. Play start to get up. Okay. Ach, hier ein Button. Mensch. Warte, ich kann ja mal ein bisschen da unten platzieren. Noch ein paar andere Objekte, die ich brauche. Ja. Steaks brauche ich vielleicht noch. Einmal vielleicht auch noch. So. Ja. Schweini. Schweini, geh weg. Und mit diesem Buton, egal, moderne Kunst, diesen Button, den wir in die Erde weggeschmissen haben, können wir jetzt hier unten erst öffnen. Obwohl zumindest, dass wir das damit auch sollen. Subject 76 died after three months on the island. Subject 68 eaten by a wolf after three days. Subject 69 eliminated after attacking Supervisor. Subject 70 blown while he tried to swim away. Subject 71 eliminated after he broke the door. Subject 72 digged straight down. Ja. Lava und so. Subject 73 currently on the island. Ah, wir sind nur ein Versuchsobjekt. Ah, wir sind gerade Subjects. Dööö, 73. Hier sieht man, wie die anderen alle gestorben sind. Das ist so, 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 wann. Das ist interessant. Jetzt sind wir hier angekommen. Man, die Story ist gar nicht so schlecht, auch wenn sie mich sehr, sehr partnern hat. Please switch to easy, äh, on easy now. Okay, let's do it. Right now. So, so. Exit. Stealth only. Trash. Okay, soll ich also den ganzen Müll wegschmeißen? Bop. Also in den Eimer. So. Äh. Ich geh mal links lang. Hier ist Bettchen. Scheiß, da kann ich nicht schlafen. Und ich hab mir kein Too Many Items drauf gemacht. Äh. Doof. Oh, lol. LoL. Hoch, hoch, hoch. Äh. What the fuck? Da hoch komm ich wohl nicht mehr. Aber ist hier unten noch ein Ofen. Den muss ich mir grad noch holen. Fünf riskant ist hier. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ja, 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 geschafft. Boah. Scheiße. Ich werde da trinken. Ah ne, 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 ich werde da so schaffen. You're not supposed to be here. I should kill you. Oh Gott. I'm gonna die. I'm not cool. I won't kill you. I'll just lock you forever. If you get bored, you can play Tic-Tac-Toe on this one. Okay, wir gucken mal, ob da irgendwas drin ist. Ah, Diamanten. Ne, das hatten wir schon. Ja, super. Jetzt kann ich hier Dinger suchen. Den Button. Das artet ja schon fast in Arbeit aus, wenn ich ehrlich bin. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Das hatten wir ja sowieso schon. Nein, nein, nein. Nein, Atomkraft. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Eight, ten, eleven. Ah, Button gefunden. Als wir grad dabei sind, können wir auch den Rest machen. Okay, ist nichts mehr drin. So. Huck. Ist man rausgekommen. Congratulations, you have completed the first part of the tests. As a reward, I'll tell you a secret. The whole island is part of the test. Don't see that coming, huh? Ne, das hab ich gar nicht kommen sehen. You are now better than 63% of all the test subjects. Before we continue with part 2, you'll have to answer a question, just to make sure your brain didn't take damage yet. Question point. Ach, das ist ja nett von denen, das zu begriffen. Which test subject are you? Man tut sich. So einfach. Das hab ich auch sogar noch gewusst. Willkommen zu part 2 of the test. Okay, erstmal hier. Schon nachgucken. Okay, hier ist Redstone gedünst. Behind every door you'll find some Redstone dust. Ja, wieso drück ich E? Keine Ahnung. Okay, dann muss ich hier wohl immer Redstone platzieren. Da, da und da und dann geht die Tür auf. Wieso doch man hier Glas vorst. Keine Ahnung. Hier sind wir ins Erste. Now that was easy. Trotzball haben wir gekriegt. Or not. Don't run. Don't take from the Suspenser. Use your brain. Sollen wir ein Gehirn benutzen? Irgendwo ist gerade was explodiert. Ah! Toll. Au, 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 au. Ah, okay. Okay. sehr einfach. Oh. Jetzt hab ich eine thing weggeworfen. Nein. ... Dann ist auch eines bei uns. Huh! Let's agow! Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ja, 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 ja. Ah. Ist ja ein ganz lustiger, der Map-Ersteller. Ist ja voll der Troll hier. Scheiße. Wo, wo? Wo, wo, wo? Ich muss das jetzt hochkriegen, ne? Aus das Pensern darf ich ja nichts rausnehmen. Oh. Okay. Super, jetzt kann ich das alles nachsuchen, ey. Was ist das denn für eine heidene Arbeit? Ah, Redstone. Wuhu. Yeah. Ob ich hätte nicht mehr viel Leben. So. Cooler Trick. Das ist gar nicht so schlecht gemacht hier. Das gefällt mir jetzt ziemlich. So, ich kann ja mal den ganzen Müll wegschmeißen. Und Pfeile nicht unbedingt Müll sind, aber egal. Let's test your reflexes. Be ready. Okay. Äh. Da kann ich mich noch verarschen, oder? Jetzt ist es mal das Steak. Yum, 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 yum. Scheiße, ist das langsam hier. Langweilig. 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 Break the scent. Ich hab das Gefühl, er ist dann Lava. Ja. Ich will doch, ich will doch, ich will doch, ich mach'n. Schneller! 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 Leck, leck, leck. Oh, ich bin weggekommen. Oh, das war knapp. Jetzt muss ich mir jetzt ein bisschen entspannen. Okay, genug entspannt. Ich mach's immer wieder gerne. Oh, jetzt hab ich da ausgesandt. Das ist egal. Ich wollte's eigentlich nur ablegen. So, jetzt die letzte Door. Das ist hoffentlich das Einfachste. Und jetzt break the scent. LOL! Don't forget the redstone dust. Stopp nicht. Was ist hier? Appelt! Oh, oh. Ja! Ach nee, dahinter ist kein Platz. Deswegen, wegen dem Kaktus. Der muss ja auch irgendeinen Platz haben. Cookies! Cookie Mama. Au. Gemein. So, das ist ja einfach hier. Äh. Ja, nein. Nein, doch nicht einfach. Das ist total schwer. Das kann nur ein Günther LP schaffen. Das könnte nur ein Sprunggott schaffen. So. Moment, wie ist das hier Glas? Oh, vielleicht haben wir nicht unser Feld. Vielleicht ist das ja auch mal was Nettes. Äh. Leg, leg, leg. Wieso lecken das gerade so? Hallo? Keine Ahnung, wieso. Alter, was ist denn jetzt los? So. Hä? Was ist denn das? So. Wir sind ja sowieso nur in der Höhle. Dann kann ich auch mal... Hä, wieso lecken das jetzt hier so? Mache ich irgendwas an meinem PC? Irgendwelche Windows-Updates oder so? Oder irgendwelche... Trash. Oder... Ist das eine Redzone-Schaltung oder was weiß ich? Na gut. Soviel mal zu Leg, vor allem bei meinem neuen Kanal Reboot. Okay. Äh, ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns auch beim nächsten Mal, wenn das heißt Let's Play Minecraft. Haut rein. Bitches. Ich hoffe, es hat euch gefallen.